Hallihallo und herzlich willkommen zu einer wunderschönen, ruhigen, erholsamen Folge Dead by Daylight. Die wird nicht unheimlich... Hallo! Ach, wir sind direkt nebeneinander gespawnt. Das ist ja cool, Jasmin und ist wieder mit dabei. Ich wollte auch Deko direkt sagen, aber Deko ist ja nicht da. Ihr willst mich von hinten nehmen? Lässt das mal bitte sein. Das ist... Das ist... Also, man sieht uns hier. Man sieht uns hier. Guck mal. Jedes Mal mache ich hier die Arbeit, weißt du? Und du hast deinen Spaß hier mit mir. Gott, ah. Oh ja. Du können ja gleich einfach mal durch das Tor gehen und dann können wir weitermachen. Okay. Okay, die Runde weg. Oh, ich wollte den Geist. Nein. Der Geist will auch mich oder dich. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Lol, der hatte ich nicht gesehen. Der hatte ich... Was? Was ist mit dem? Ey, der hatte ich nicht gesehen. Wo ist der? Wo ist der? Oh, nur noch nie. Der noch nie. Ich hab ihn nicht gesehen. Oh, 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 oh. Komm schnell. Oh mein Gott. Pass auf, der kommt von deiner Seite. Geist, au ab. Scheiße, scheiße. Ich höre ihn. Na, noch langsamer, noch langsamer, Mädchen. Oh Gott, ich bin... Oh, ich bin direkt an der Palette. Ich bin halt wirklich direkt an der Palette. Palette, 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 Palette. Nein, keine Palette. Oh, nein. Nice, nice, nice. Oh mein Gott, geil. Geil, geil. Okay, ich liebe... Das wird echt cool. Cool, die ist geil. Oh, das war gerade so göttlich. Ich liebe sie, ich liebe sie. Was will er denn jetzt von mir? Boah, der ist richtig hektisch. Der macht mich hektisch. Der ist wirklich hektisch, ne? Ja. Das hat mich aber auch gerade hektisch gemacht. Das war gerade richtig schlimm. Ich habe nicht aufgepasst. Vor allem bin ich ihm voll reingelaufen. Der dreht... Boah, der ist hinter mir her. Scheiße. Warum? Ich habe doch gar keinen Quatsch. Ich war das doch gar nicht. Oh Mann, Hicke. Vielleicht hat er sich verwechselt. Du riechst so gut. Hm. Du hast blondes Haar. Und laut Deko hast du als Lori... Du spielst Lori, ne? Ja. Einen dicken Arsch. Also bitte. Ich bin blond. Nein, 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 natürlich nicht. Blonde sind mega schlau. Warum hat der mich denn gefressen? Ist der blöd? Bist du blöd, dass du ihr folgst? Guck mal, der sagt ja. Ach komm, fick dich. Ach, ganz ehrlich. Das Spiel ist am 18. Das Spiel ist am 18. Hust, hust. Ist bei dir jemand in der Nähe? Ja, ja, die Schwatte da, die kommt bestimmt. Die Palette auch. Da hockt einer. Bist du das? Ich bin am Generator. Bisschen weiter weg. Ja, ja, da kommt... Ja, ja, die kommt. Okay. Dann komme ich jetzt auch. So, ich habe den Generator fertig gemacht. Oh, ein bisschen stresst. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay, der ist bei mir. Okay, der ist bei mir. Okay. Oh, danke schön. Jetzt will ich mich doch fummeln. Aber die finde ich gut. Die ist echt... Sehr nett. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich war fieselahm. Ja, schluss. Huhuhu. 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 Tief durchatmen. Tief durchatmen. Lauf. Fuck, ich weiß nicht, wo lang. Ich weiß nicht, wo lang. Scheiße. Hier sind keine Paletten mehr. Die Paletten sind kaputt gemacht. Ich bin nicht so ein bisschen... Ey, hier ist ohne Spaß... Oh, ich bin... Guck mal, die Schwante kommt auch direkt. Und Nummer zwei. Einmal durch. Oh. Oh. Lauf weg. Oh. Oh. Oh, der will dich. Oh, der will dich. Oh, der will dich. Oh nein. Geh weg, geh weg, geh weg. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Okay. Ihr ärgert ihn richtig krass. Ihr ärgert ihn richtig krass. Oh. Oh. Okay, jetzt nimmt er mich hoch. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich bin ja nur zweimal genau in ihn reingelaufen. Oh, der Arme. Ich hoffe, dass ihr hier habt, dass ihr hier habt uns. Komm, du schaffst das. Nice. Nice. Du müsstest noch so Musik mit einbringen, wenn irgendwas passiert. Ist wirklich so. Das wäre so lustig. Ey, wir haben nur noch einen Generator. Und soll ich dir mal sagen, ich habe, glaube ich, nicht einen Generator. Ich auch einen. Doch, ich habe einen gemacht. Aber ich glaube, der läuft die ganze Zeit mir hinterher, weil ich so schlecht bin. Nein. Aber sowas von. Der ist mir auch hinterher. Fuck. Oh, fuck. Ich dachte... Warte, 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 warte. Ich dachte, der geht andersrum. Der mag mich so sehr. Ihr müsst mich die ganze Zeit beschützen. Und das ist... Oh, der Arme. Oh, oh. Oh, er läuft die hinterher, ne? Oh. Oh. Ich habe noch... Hinge ich schon, aber ich weiß es nicht. Aber hör mal, Panda spielt richtig gut, ne? Du auch. Aber die ist verlass. Ja, 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 aber die ist verlass. So, ich habe Borrow Time. Okay, das ist gut. Pass auf, der kommt. Ja. So, ich komme zu dir. Wer ist denn da jetzt im Schrank? Das bin ich, ich. Der ist hier. Pass auf. Ich habe Borrow Time. Halt eingesetzt, halt eingesetzt. Läuft er dir hinterher? Ne, ne? Nein. Ne, es muss wirklich nicht. Ich muss mich mal dahinter verstecken. Oh, nein, der kommt. Ich höre ihn, ja. Heilen. Oh, fuck. Wir müssen weg, wir müssen weg, wir müssen weg. Weg, 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 weg. Fuck, 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 fuck. Ich laufe hinter dir. Links, 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 links. Oh, okay, 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 er will uns nicht, er will uns nicht. Soll ich dich schnell heilen? Ja, weil du willst du mit der Palette? Ja, ja, ja. Oh, nice. Oh, Gott. Wow, wow. Was ist das für ein Spiel? Was ist denn das für ein Spiel? Wow, ich finde das gut. Absolut, ist gerade mega spannend. Oh, ich habe Borrow Time. Du machst den Ausgang auf, ich hole sie runter mit Borrow Time. Äh, ja. Ich war natürlich so unfassbar, oh, die ist so unten. Und die hat es alleine gemacht? Was? Ist das blöd? Ich glaube, die hat sie Glück. Oh, nein. Das Ding ist, ich bin... Mach auf, mach auf. Ja, ja, ja. Die sieht man nicht. Die sieht man nicht. Ich verschmelze mit der Wand. Ich werde eins. Die Wand und ich. Wir sind Freunde. Keine Feinde. Wir lieben uns. Ich werde sie gleich küssen. Okay, ich glaube, ich sollte das sogar schaffen. Der Eko. Oh Gott. Okay, Toss auf, Toss auf. Andere Richtung. Andere Richtung. Oh, nein. Das ist die falsche Richtung. Kommt der da klar? Nein. Oh, ich glaube... Oh, nein. Das war es jetzt, ne? Oh, nein. Warte, geh weg. Ja. Nein. Nein, nein. Wenn er die öfter runterschmeißt, ist gut. Nein. Nein, ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam. Ah, ich bin zu langsam. Ah, okay. Nächste. Oh, nice. Geil. Boah, wir sind so ein geiles Team. Boah, das ist mega spannend, ne? Ja, das ist echt mega. Aber ich weiß, was ich auch gut finde an dem Killer. Der hat, obwohl wir den so geärgert haben, auch nicht einmal wirklich gekämmt oder geschlagen oder so gemacht. Der hat wirklich gar nicht gekämmt, ne? Nee. Also Hut ab. Ja. Ach, das bist du. Ist ja praktisch. Ja, hier. Heil mich. Okay, der Killer läuft da einen hinterher. Die noch. Oh Gott, da müssen wir ganz schnell hin. Die ist verletzt. Okay, und los. Ja. Ja, das Totem kannst du gleich noch machen. Ja. Nein, 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 nein. Nein! Der will mich gar nicht. Nein! Gott, das ist sehr risky, was ich jetzt hier mache. Nein, 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 nein. Was denn? Nein, der bringt sie in den Keller. Nein! Nein! Ist sie tot? Scheiße. Gehen wir raus? Scheiße, block mich! Nein, 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 nein! Lauf zum Ausgang. Lauf zum Ausgang. Rechts. Block mich. Ja, ja, nein. Hier, komm. Lauf. 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 Oh, ich bin tot. Nein, bist du nicht. Nein, bist du nicht. Doch, bin ich. Nein, bist du nicht? Guck mal, ich block dich. Nice. Oh mein Gott, das ist so schlimm. Boah, ich hab das am Licht gesehen, ob der rechts oder links vor mir war. Oh mein. Boah, der hat aber auch nicht auf mich, der wusste ganz genau, wenn er auf mich, also, wenn er mich schlägt, dann hat er das verkackt. Wow. Dann. Wow. Warte, thank you, killer, for not camping. 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 Ja. Wow. Das war... Ach, Germany. Deutschland. Germany. Warte. Warte mal gucken. Der hat echt gut gespielt. Der hat wirklich gut gespielt. Ach, ein Mädchen. Oh. Ja. Viel Spaß. Oh, danke. Ebenso. Oh, schön. Oh, süß. Oh, süß. Oh, süß. Oh, die hat richtig... Ich weiß nicht, vielleicht schicke ich... Hm, soll ich ihr eine Freundschaftanfrage schaffen? Ja, mach mal, mach mal. Dann kann sie sich das Video mal angucken. Ja, das war echt ein schönes Spiel. Ich will sie jetzt auch nicht irgendwie bedrängen oder so. Und hübsch ist sie auch noch. Ja, hübsch ist sie auf jeden Fall. Mit ein süßes Gesicht. Ja. Krass. Also ich schicke ihr jetzt einfach mal eine Einladung. Ja, ich auch. Mal gucken, ob sie es möchte. Vielleicht kann man... Ganz ehrlich, wenn man so eine Person findet, sollte man vielleicht gucken, ob man mit so einer Person wieder spielen kann, weil wenn man vielleicht mal Lust hat oder so, dann macht mega viel Spaß. Also, ich glaube, sie wäre dann bestimmt auch eine sehr gute Survivorin. Survivorin. Ja. Ja. Oh, du hast mich eingeladen. Was ist da los? Ach so, ja, ich. Ja, egal, wie soll ich. Komm rein. Komm rein. Komm rein. Es hat Spaß gemacht. Ja. Ich sag ja, die Mädchen spielen immer noch am besten Killer. Also macht mir bis jetzt immer am meisten Spaß. Ja, wobei, es gibt aber auch Mädels, die können Hardcore-Scheiße sein, ne? Mhm. Also die können so richtig Bitches sein. Ja. So eine hatte ich auch schon, wo ich mir so... Ja, ich möchte mich da lieber nicht verbrennen. Aber es war ein schönes Spiel. Und ich weiß noch, ich habe gesagt, ich glaube, das habt ihr gar nicht mitbekommen, ich wollte gerne einen Geist haben und dann war es ein Geist und das war cool. Wie hat das gehört? Du hast nicht so gedacht. Das ist klar, den bekommst du. Genau, genau so. Nicht anders. Hm. So. Hoffentlich kommen wir jetzt rein. Ja. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Also die jetzt zuschauen, habt ihr auch oft so eine Server-Verbindung, also einen Fehler bei der Server-Verbindung? Wir haben das mega oft. Ja, ich zumindest. Oder einfach das Spiel weg oder das Spiel gecrashed. Ja. Ganz komisch momentan. Also wirklich verrückt. Das ist immer so ein Hin und Her bei Dead by Daylight. Mal hast du so eine Phase, das ist alles supi. Hm. Und dann hast du so eine Phase, das ist alles kacki. Und dann hast du... Kacki. War wie cool. Okay. Ach, nee. Okay. Es hat jetzt einfach gerade gepasst. Supi, kacki und so. Ja. Ähm. Äh, ja. Oder du hast solche Phasen wie, bei mir läuft alles scheiße mit Dead by Daylight. Dann läuft bei Jasmin alles scheiße. Dann läuft... Wobei lief es schon mal bei Deko scheiße? Nee, ne? Deko war bis jetzt immer fein raus. Ja. Ja. Stimmt. Schlawiner. Glückspilz, der. Ist wirklich so. So, ich muss mal ein paar Punkte einsetzen. Den Schlüssel. Ich glaube, den Schlüssel nehme ich mit. Ja, oder? Jawohl. Den nehme ich doch mit. Was ist nochmal die Torte? Ah, okay. Definitiv mitnehmen. Ah, ja. Da war doch was. Warte mal. Hab ich eigentlich jetzt noch was? Also, ich meine, ähm, jetzt hier gerade bei, ähm, im Blutnetz. So, nehme ich Sabotage oder nehme ich Hoffnung mit? Komm, ich spiele dann eine Runde entweder die oder die Mech. Ha. Mech hast du, glaube ich, lange nicht mehr gespielt, oder? Sollte ich mal wieder die Mech spielen? Kannst du gerne machen. Ah, da muss ich schon so, ne, wie ich standardmäßig immer bin ich ja so rumgelaufen. Dann laufe ich auch wieder so rum. Ähm, ich muss sagen, diese Jacke finde ich sogar hübscher wie die andere. Zeig nochmal die, zeig nochmal die andere. Die habe ich ja nicht mehr. Ach ja, ah ja, okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja, ja. Ich finde, ich finde, egal was du anziehst, du bist immer hübsch. Oh, Mann. Boah, ich bin heute echt gut daran irgendwie. Ja, scheinbar drin, nein. Dafür nehme ich dann Blutie Party Streamers. Alles klar. Nur für dich. Oh, oh. Oh, Gott, ich freue mich so, wenn der Mittwoch vorbei ist, ne? Ich sag's dir, ja. Mach ich das mal, fett Party Party? Das ist wirklich so. Ich muss zwar am Donnerstag früh arbeiten, aber egal. Scheiß drauf. Nein, irgendwo muss ja das Geld herkommen. Ja, genau. So, was haben wir denn? Warum dauert das denn hier so lange? Welche, welche Region sind wir? Ukraine. Hm. Verrückt. Oder? Warte. Ja, wir sind Ukraine. Aber ich kenne einen Trick. Warte mal. Schalom. Was nehme ich damit? Und dann bereit drücken. Jetzt müssten welche kommen. Sie kann Sachen machen, ne? Sie verschwindet und dann ist sie wieder... Oh, lol. Okay, ist das... Okay, das ist... Richtig... Das ist strange. Das ist richtig creepy. Das ist richtig creepy. Das ist richtig... So wie mit dem Schalum, ne? Wenn ich so schreibe, schreibe Schalum. Ist wirklich so. Okay. Oder von der Musik her, ja, es ist der Trapper. Oder als... Weißt du noch das Geile, das Geile, wo du das aufgenommen hast? Ich guck so nach oben, du so, Jasmin, welcher Killer? Ja, es ist wieder ein Trapper. Und dann war das denn Wired. Und ich hab nur gesagt, er hat eine Falle gelesen. Ja, das war für die Leute. Ich weiß nicht mehr, welche Folge das war, aber das müsst ihr euch reinziehen. Wirklich, ich sag das wirklich, ihr müsst euch das reinziehen. Das war so legendär. Das war wirklich, das ist so geil gewesen. Wir sind... Welche Map war das nochmal? Äh, das war... Äh, Macmillan auf jeden Fall. Macmillan. Da war der oben in dem Haus und dann hab ich so gesagt, ja, der lebt da oben. Oh, ich sag moin, warum schreib ich moin? Moin! Ne? Und dann sag ich so, ja, war doch noch so voll frustrierend. Naja, ist der Treffer, der legt da gerade eine Falle. Ja, aber so richtig... Na, aber so richtig so... Wir haben's dir alle geglaubt. Alle haben's geglaubt. Also, mit allen meine ich Deko und mich. Und, ähm... Ja, war noch alles cool. Und dann, ja, wir chillen halt so am Generator, machen den gerade fertig, reparieren den. Und dann guck ich so nach oben. Wie heißen die Meppen, wo dieses Haus da steht, wo du auch um das Haus herum so ein Geländer hast. Da kannst du... Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kannst du... Ne? Man kann ja außen um das Haus rumgehen, ne? Also, nach oben dann. Genau. Und dann von oben wieder rein, genau. Und da oben stand der am Fenster, guckt von oben runter und stalkt uns. Und ich denk mir so... Ich konnte's erstmal gar nicht fassen. Also, das ist... Das soll mal ja stehen. Und der war wirklich... Der war richtig weit entfernt. Und dann meinte Deko noch... Was hab ich für Adleraugen, ne? Es war einfach... Das war einfach nur richtig Glück, dass ich da nach oben geguckt habe. Und dann so... Wie, Fallenleger? Das ist doch der Fallenleger. Äh, wie, Maja? Das ist doch der Fallenleger. Ja, und dann, äh... Zu geil. Ja. Irgendeine Scheiß, wenn ich... Ich werd nochmal die Videos durchgehen und dann verlinke ich das. Mache ich das? In den Kommentaren. Ohne Scheiß. Das muss ich auch mal machen. Das muss... Ich guck's mal. Ich weiß wirklich nicht mehr. Och ne, wir sind im Schutzwald. Wir haben Herzklopfen. Ich glaub, ist Trapper. Wenn mal auf jeden Fall was Neues. Also... Ja. Aber wie schon der Deko immer sagt, der Trapper ist immer aggressiv. Also, sie kennen keinen freundlichen Trapper. Oder der immer Späß, äh, versteht oder so. Sind alle aggressiv. Ja, okay, ist ein Trapper. Ja. Ich mein, ich glaub, es war ein Trapper. Ja, Herzklopfen. Ich bin die Erste auf jeden Fall, die da gleich wieder anhittet. Ich seh's schon kommen. Mein Gott, ich... Hm? Boah! Ich wollte gerade gechillt da nach links gehen. Dann geht er wieder da hin. Hm, Schweinerei. Aber es ist immerhin keine Hexe oder keine Nurse, ne? Du musst das positiv sehen. Hm, und gleich trete ich mal in der Falle? Ja. Ne, ich glaub, der war der noch gar nicht. Och, Mann. Oh, ähm, er geht nach rechts. Er kommt von rechts wahrscheinlich. Also, ich hoffe, das ist bei dir das Rechts. Oder das Linke. Weiß ich. Und wenn du Hilfe brauchst, einmal bitte schreien. Wir machen hier gerade einen zweiten Generator. Und Elbola? Mann, was haben die denn alle gegen mich? Mann, ich versteh's nicht, warum? Kann dir mal einer bitte in die Kommentare schreiben, warum die Killer mich immer haben wollen? Zuerst? Ha, ha, daneben. Boah, diese Lache, diese Lache, ne? Entschuldigung. Nein, das ist mega geil. Ich liebe deine Lache. Ich liebe deine Lache, wirklich. Okay, was haben wir denn hier? Nehmen wir mal mit. So. Ach, komm schon. Das ist unfair im Schutzwald. Ich komm mal zu dir. Boah, ich liebe diesen Perk, ne? Okay, ich lauf dir hinterher. Ja, ich geh mal da vorne in die U-U-U-Ruine. Guck mal, da fang ich schon an zu stoddern. Ja. Oh nein! Lol! Ich hab auch mal einen Diast vorher. Entschuldigung. Oh nein, jetzt läuft der mir hinterher. Ja, natürlich läuft der mir hinterher. Oh, eine Meck. Glühwürmchen. Nee, Glühwurmchen. Okay. Ja, erstmal gegen den Generator. Ach, schade, ich kann... Nimmst du mich? Ich dachte, ich könnte dich noch retten. Achtung. Wiedersehen. War schön, war nett. Oh, ich will... Und dir ist schon wieder so eine Kackpalette. Ja, ich will gerne zu dir kommen und dich... ...dich unterstützen. ...dich sind seelisch, wie auch körperlich. Wenn ich mich mit... Ach, ich hab einen Arztkopf. Ah, egal. Oh Mann, das ist unfair mit der verbackten Palette. Finde ich nicht toll. Nein. Fuck, fuck. Nein. 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 Nein, er will mir in den Keller... ...ähm... 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 ...palette vielleicht. Fuck. Oh, lol. Oh, er lässt mich liegen. Geil. Ja. Ja, oh, lol. Boah. Ich kam nicht so schnell raus. Oh, du dreckst... ...du dreckst sauer. Ah, hier ist eine Palette. Er geht zur Palette, er geht zur Palette, er geht zur Palette und das ist... ...das wird keiner mit... Nein. Alter, nimmt mich. Nur weil ich schwarz bin. Er kommt nach oben, er kommt nach oben, er kommt nach oben. Ja, ich heil mich eben, weil ich... ...ja, ja, ich hänge ruhig. Ich hab Zeit. Aber die Mates, muss ich sagen, helfen. Das find ich gut. Wir sind jetzt sofort angekommen zu zweit und haben mich... Ja, das ist cool. Ja. Das macht Spaß. Warte, ich bin fast fertig. Ah, ich bin schon so ein kleiner Semi-Campfer, ne? Ach, nö. Ich... Semi? Ich würde... Ich könnte jetzt, glaube ich, auch schon so in Camping rein. Mann, ich weiß die... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das eine Falle? Nein. Lauf, lauf... Ah, Mann, ich komm hier nicht durch. Ich komm hier nicht... Der will mich gar nicht. Was ist mit dem? Nein. Nein. Fuck. Ey, will ich nicht... Was zum Teufel ist denn... Oh, ich häng wieder... Ich bin hier an der Palette. Ich bin hier an der Palette. Oh Mann, ich wünsche, ich könnte das denen sagen. Oh, oh, der ist aber hinter mir, ja. Oder? Warte, nee, mach nicht, mach nicht. Warte bis... Oh, wohl. Oh, er nimmt mich hoch. Nee, 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 nee. Er kommt zu dir, er kommt zu dir, er kommt zu dir. Hier bin ich. Er kommt zu dir. Er kommt zu mir. Ja, Jungs, die Palette, die Palette, Jungs, die Palette. Ja, das war natürlich jetzt suboptimal. Ich kann doch nicht... Oh mein Gott, wie viel... Trapper halt, ne? Die erste Runde so mega geil und die zweite Runde so mega scheiße. Also, ich hab einen Plan. Ich werde den Trapper ablenken. Ich hoffe, ihr tritt nicht in die Falle. Und die anderen können dich dann retten. Das wäre ein Plan. Oder ich komm mit und ich geh auch raus. Ich hoffe, der Kollege hat Borrow Time. Ja. Sie alle kommen. Oh, danke schön. Ihr seid Engel. Der will mich. Nee, der kriegt dich aber nicht. Pass auf! Der geht mir hart auf die Nüsse. Oh, ich hasse den Schutzwald. Der will... Der will immer noch mich. Oh, lol. Jetzt will er mich. Nee, doch nicht. Er möchte mich einfach nicht. Warum nicht? Was ist denn mit dem? Ich hab lieber... Oh, nein. Fick dich. Ganz ehrlich, wie hast du mich hier gesehen? Oh, der Fokus ist immer wieder schön. Ah, cool. Cool. Vielleicht nimmt er mich. Nee, 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 nee. Das ist ein Typ, der jemanden fokust. Na toll. Bist du tot? Ja, ich bin tot. Nein, 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 nein. Wenn meine Schöpfe sterben muss. Nein. Alles cool. Ich frag mich nur, wie er mich da gesehen hat. Vielleicht hat er mich gehört. Ich nehme an, dass er mich gehört hat, aber... Ach. Vertraut. Nein. Ich bin wirklich verwundert, wie er mich da gesehen hat. Er hat mich aber... Das hat sie jetzt nicht extra gemacht. Nein. Okay, dann schauen wir mal, was für ein Typ das ist. Das Blöde ist, wenn wir mal einen Killer, ne, von deinen... Also von deinen Zuschauern haben, ne? Das Blöde ist, die kennen unsere Spielweise. Ja, aber das ist nicht schlimm. Oh, süßes Bild. Ich muss niesen, glaube ich. Ach, das... Ups, das ist du. Auch privat, okay. Soll ich schau mal zu? Kannst du mir beim Sterben zusehen. Ja, das ist halt... Oh, Camper. Ist halt kack. Das Ding ist, ich fand's super, dass alle zu mir gekommen sind. Aber er hat kein Border time mehr. Er hat's, glaube ich, für mich verwendet. Und jetzt... Bringt ja nix. Ja, ja. Oh, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Jetzt fokust er dich. Gar nicht. Oh, krass, ey. Oh, krass, ey. Pass auf, pass auf. Oh, pass auf, pass auf. Nein, da bin ich auch nicht da... Oh Gott. Oh, 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 oh. Wo? Oh Gott, wie gut. Boah, ich boah, sie ist kaputt geile Macy. Die kann ich leider nicht. Oh. Auch beide aus Deutschland. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das klappt mir auch nicht. Guck mal, der weiß auch direkt, wo der andere ist. Ja, komisch. Okay, das musst du dir anschauen. Der war hinterm Stein versteckt. Der war hinterm... Oder er ist so einer, der guckt voraus. Aber der war hinterm Stein versteckt. Wenn du weißt, wo der andere ist mit dem Generator, dann weißt du, dass der Wallhack benutzt. Das finde ich dann unnötig. Ja, genau, nimmt der mich, der Arsch. Was hat der denn? Warte mal, betteln. Nein, nein. Aha, er hat auch noch nöt. Hör mal, er kann dich aber gar nicht sehen eigentlich. Der weiß nicht, wo du bist eigentlich. Der hat kein Ding ins Möt. Jetzt bin ich mal gespannt. Also das war mir jetzt zu... Das war zu offensichtlich. Das mit dem Stein gerade. Muss man ein Video sehen. Dann schreibe ich gleich... Ich Hacker. Wallhacker. Wallhacker schreibe ich. Nee, ich mach so... You Wallhacker? Fragezeichen. Oder nee, ich schreibe am besten noch... Nice Wallhack. Können wir mal gucken. Ich gucke mir mal... Wobei, sie hat er jetzt anscheinend verloren. Ja, müssen wir mal drauf achten, genau. Ja, mach ich jetzt auch. Nee, er hat sie verloren. Okay. Nee, dann... Er hat sie verloren. Dann guckt er wirklich voraus. Dann ist es auf einmal gut. Ja, aber das mit dem... Das mit dem Stein. Also ich weiß nicht, wie er sie da sehen konnte. Vielleicht schon vorher. Okay, das hab ich nicht gesehen. Vielleicht hat er sie gehört. Ah, das war wirklich weit entfernt. Ich weiß es nicht. Oder die spielen zusammen. Mhm, glaub ich nicht. Der eine ist von der Ukraine. Und... Also der Killer von der Ukraine und der... Oha. Und die beiden Spieler von... Oh, pass auf. Von... Von... Aus Deutschland. Oh, ja, ja, ja. Wow. Huh? Okay. Oha. 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 Wow. Wow. Oha. Okay. Ja, nicht schlecht, ja. Oha. Ich würd nicht Richtung Keller gehen. Da weißt du, wo du bist. Oha, die spielen gut. Die spielen wirklich gut. Ach, guck mal. Der hat... Der hat den Perk. Den würde ich auch gerne haben. Ähm. Dass man ihn nicht hört, wenn er stöhnt. Ach, den würde ich auch gerne haben. Heimtückisch oder was? Ich weiß nicht, wie der Perk heißt. Also, ähm... Dass wenn du verletzt bist... Man hört dich nicht stöhnen. Ach so, Eisener Wille. Eisener Wille, genau. 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 Soll ich gleich auch mal mit ganz anderen Perks spielen, außer Bowerd scheinbar heilte ich? Oh, das machen wir. Das machen wir alle. Sollen wir das mal machen? Das wollen wir nie machen. Das machen wir. Das ist eine gute Idee. Ich nehm auch keine Selbstversorgung mit. Ich nehm ein gutes Medipack mit. Und zur Not müssen die zu Firewall mich heilen. Weil eigentlich, wenn du mal überlegst, so gut wie immer ist es so, wenn du dich heilst, kommen immer welche, die dich heilen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Okay, okay, das wird, das wird, das wird bestimmt schwierig. Aber es kann, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es sehr lustig sein wird. Oh gut. Ich glaube, wir, es ist halt spannend, denen jetzt zuzuschauen, ne? Ja, eben schon. Aber ich weiß nicht, ich weiß jetzt gerade nicht, ob es für euch Zuschauer, also für die, die jetzt zuschauen, auch interessant ist. Aber anscheinend cheatet der. Die spielen gut. Die beiden spielen wirklich gut. Aber anscheinend cheatet der nicht. Ne. Soll wohl noch gute Killer geben, die. Ja, das stimmt. Ja, manche sind einfach richtig gut, das stimmt. Boah, das mit der Falle war unnötig. Ich habe, ja, ich muss beim Fallleger öfters mal auf den Boden schauen. Das mache ich nicht. Oder was natürlich auch cool ist, ein Perk. Also es gab ja eine Zeit, da gab es ja wirklich in jeder Runde immer den Trapper. So. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, dann nehme ich jetzt den Perk Niederwild und zerrissen das Fleisch, dann kommst du einmal schneller aus den Fallen raus und einmal bei der Niederwild, bitte, ich weiß gar nicht, acht, irgendwas mit acht, glaube ich, hat dir angezeigt, wenn eine Falle vor dir ist, dann macht das immer so ping. Dann hast du so ein Signal bekommen. Echt? Ja, und beim Totem auch. Ah, okay. Also Niederwild, musst du gleich mal gucken, ob du den Perk hast, musst du den mal durchlegen. Schau ich mal. Gut, dann würde ich jetzt sagen, das war es jetzt für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich finde, die erste Folge war mega geil. Die hat mega viel Spaß gemacht. Die zweite war suboptimal oder ist beziehungsweise suboptimal gelaufen für mich. war jetzt vielleicht nicht so die beste Runde von mir, die man zeigen könnte. Ach Gott. Doch, 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 das war jetzt nicht so. Aber egal, passiert, man lernt ja nur dazu, ne? Man lernt, man lernt, man lernt. So, also vielen Dank fürs Zuschauen. Euch noch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.